Hallo und herzlich willkommen zurück in der Endurance, unserem Schiff mit dem wir hierher gekommen sind. Es sieht nicht mehr ganz so aus, wie wir hierher gekommen sind. Es ist nicht mehr ganz so intakt, wie wir hierher gekommen sind. Aber der Spiegel, der funktioniert noch immer. Jo, aber jetzt raus aus unserem alten Zimmer und... Oh. Rein ins Abenteuer. Welches Schiff beginnt zu sinken? Dieses Schiff. Oh. Dass ich schlecht im Nahkampf bin, habe ich ja schon erwähnt, ne? So. Axt, was? Axt, die? Oh, wer schiesst denn da? Huch. Ja. Oh. Ups. Ich glaube, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Hoppla. Gut, finden Sie Alex. Machen wir das Ganze doch noch einmal. Oh. So. Ist er tot? Nö, immer noch nicht. Stirb. Jetzt ist er tot. Sehr gut. Gut, da können wir vielleicht einigermass in Ruhe da runter. Und jetzt nicht zu früh abspringen. Sondern einfach hier bis ganz zum Schluss. So. In diesem Teil waren wir natürlich noch nie. Denn wir durften ja auf dem Schiff nicht... ...spielen. ...als wir noch auf dem Schiff fahren. So. Wo sind wir jetzt? Ich höre doch jemanden. Alex, bist du das? Lara, reinige Scheiße. Was machst du hier? Was ist los? Ah, da hinten ist er. Bist du okay? Oh. Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Mit was? Halt es durch, okay? Ich hole dich da raus. Okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. So. Und? Lass mich denn da rüberfahren. Ui. Und bücken, bück dich. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Die Schiene? Oh. Ich muss irgendwie da rauf, um sie freizukriegen. Ach je. Okay. Da müssen wir irgendwie da rauf, um sie freizukriegen. Wie denn? Ah, da ist ja eine Leiter. Ach nicht. Das war jetzt irgendwie die falsche Seite, ne? Wie geht das denn? Mit dem Kopf durch die Band, würde ich mal sagen. Und jetzt? Äh. Okay. Das war euch hier falsch, ne? Okay. Wie bringe ich denn das Teil da runter? Ähm. Ach, da oben ist noch keine so eine Leiter. Ah. Ich verstehe. Wieder rüberziehen. Und dann, äh. Oh. Ich gehe müssen wir noch in den Zwischendingens finden. Ach so, das war glaube ich richtig, das vorhin. Wir müssen, ich gehe da rüber. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen Zeitbezögerung. Also das Teil muss zuerst hier hin. Los. Und dann müssen wir da rüber. So, wie es aussieht, dürfen wir es dann hier hinziehen. Und dann schiessen wir das Teil wieder zurück. Dann gehen wir hier hoch. Ist jetzt scheissegal. Ich bin ja hier und rette dich. Hu. Oha. Okay. Jetzt muss jetzt alles wieder zurück, oder wie? Alex, Alex! Ah, ne. Warte. Ich muss da reinkommen. Jo. Ich mache jetzt zuerst... Alex, ich hole dich ganz schnell da raus. Zuerst hier hin. Jetzt den Weg frei holen. Dann... ...schiesse ich das Teil rüber. Und jetzt ziehen wir das Ganze wieder zurück. Und dann sollte... ...sollte das... ...funktionieren. Hui. Bück dich. Boom. Okay. Warte, ist das immer noch nicht funktioniert? Wieso ist das noch immer nicht funktioniert? Muss ich da gleich nochmal, oder wie? Ah, wieder zurückziehen. Alles klar. Okay. Hier bin ich. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow. Ich hab dich beeindruckt. Lass mal raus. Oh Gott. Oh. Tut mir leid. Tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Ach, Mist. Wow. Oh nein, nicht schon wieder so ein Fettzock, oder? Jetzt! Oh je! Und wie sie immer schon verloren! Ei, ei, ei! Kehre zurück zum Militärbo! Oh, wow, das ist ja geil! Juhu! Und tschüss! Ach nee! Das ist hart, das ist hart! So ist das Leben! Es darf niemand mehr sterben! Ja! Es darf wirklich niemand mehr sterben! Oh! Ach, adee, das kann doch nicht wahr sein! Jetzt haben wir schon wieder jemanden verloren! Und zwar Elex, der gute alte Elex! Ach! Und jedes Mal musste sie mit ansehen! Wie sich jemand, wie jemand starb! Oder wie sich jemand das Leben nahm! Naja, immerhin haben wir jetzt dieses Teil! Womit wir extrem schnell sind! Oh! Falsche Affe! Äh, ich hätte gerne einen Bogen! So! Boom! Oh! Gut! Wohin geht's denn hier? Ein altes Tagebuch! Aha! Muss das jetzt so sein, oder? Ist das nicht ein Zusatzding? Sequenz! Feldbericht der Expedition! Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay, ich glaub das war wichtig, dass wir das finden. Vielleicht hat's jetzt eine neue Idee. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Äh, aber zuerst müssten wir wieder zurück zum Streit. Oh. Äh, wo? Ah. Ich komme hier nicht hoch wieder. Ich will, äh... Ich will, äh, hier raus. Ah. Nehmen wir doch einfach mal die Tür. Ja. Gut. Ähm. Ach ne, das ist ja wieder dieser Ort, ne? Wie sind wir hier reingekommen? Da durch die Lücke, vielleicht? Jo. Genau, hier sind wir hergekommen. Jetzt laufen wir schnell zurück zu unseren Freunden. nur um zu sagen, dass wir Alex verloren haben. Leider, leider. Okay, ne, da brauchst du glaub ich die Handgranate. So, jetzt müssen wir hier... Oh. Oh, das war knapp. Wir müssen doch wieder hier zurück. Ja, ja. Wird schon stimmen. Oh. Ups. Da hab ich wohl daneben gegriffen. Entschuldigung. Ja, ich weiss. Ich muss zurückkehren. Ach. 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 Ich denke, ich muss schon wieder da durch. Das wird zwar ziemlich klar angezeigt. Was ist hier noch? Aha. Wieder so eine Herausforderung, wo man diese Flaggen verbrennen kann. Okay. Hat sie vielleicht Muni dann... Damit ich, äh, diese... Teil... diese Dinge wegsprengen kann? Nicht? Dann... Müssten wir jetzt wohl noch mal... Oooooooohhhhhh... noch mal versuchen hier. Weil wenn wir keine Muni haben für die scheissgranaten, dann wird's auch schwer... da draus zu kommen. Oh! 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 Ich glaub wir müssen da irgendwie durch, denn ich kann da gar nicht drüberspringen. Ah, wie soll ich das anstellen, wenn wir keine Muni haben für die Schrotflinte. Da drüben hat's Muni. Wie komm ich denn da rüber? Vielleicht... Ah, vielleicht hat's in den Ruinen da noch... Hier hat's vielleicht noch Muni irgendwo. Und irgendwie komm ich doch bestimmt da rein. Oder nicht? Nein! Ah, vielleicht... Ah, warte, warte, warte. Vielleicht kann ich da dieses Teil auch mit dem Dingens da aufmachen, wenn das ja auch geht. Vielleicht sollte das andere Teil ja vielleicht auch funktionieren. Dann ist das die Lösung unseres... Was blinkt denn da so? Ach, wieder so ein Geocoach. Okay, also die sieht man am besten, wenn's dunkel ist, ne? Dann blinken sie. Sonst sieht man die eigentlich gar nicht so gut. In diesen... Gräsen, wo sie mal liegen. So! Ja, so funktioniert's sehr gut. Und jetzt noch schnell zum Strand drüber. Föh! Ach! Okay! Äh... Jetzt bin ich daneben geschwungen. Ja, aber denke ich so... Sonst denke ich... Nee, warte, nee, komm was... Ah, jetzt, jetzt, jetzt hat's funktioniert. Super! Und jetzt hier durch? Ich glaube schon, ne? Und da runter. Immer schön der Nase lang. Ja, da waren wir schon am Hinweg, kamen wir hier schon durch, genau. Oh, was war das? Ich hoffe, wir erleben keine böse Überraschung, wenn wir jetzt hier sind. Es reicht mir langsam mit bösen Überraschungen. Oh. Äh, das ist nicht so schlau. Äh, wie kommen wir denn hier darüber? Ach. Vielleicht wieder mit dem hier versuchen, diesem Trick. Das war wahrscheinlich so geplant, dass man das Teil hier findet. Damit man hier überall wieder zurückkommt. Und auch schnell wieder zurückkommt. Oh. Äh, und ob wir es noch zum Strand schaffen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.